ja so ja genau da immer taschenlappe aufladen an dem gerät ganz wichtig maschine ist immer b ist immer b das ist ja das einfachst planet deswegen ist wir noch schlimmer weil glaubt auch mobs rum und sowas draußen und keine ahnung was der letzte tag danach müssen wir zum company building gehen und verkaufen hier ist ein knopf ein roter nähe kann man nicht drücken schneebesen waschmaschine waschmaschine genau leben länger mit kalgon habe ich gehört ich höre eine mine luka ich sehe mir das er läuft einfach drüber achten das heißt sie sind wahrscheinlich auf der schütze kann gut ja nicht die geschütze sie pass auf die tun weh ich habe schmerzen rausgefunden voll er hat echt schmerzen rausgefunden es hat mich in nicht mehr einer sekunde weggemäht also brauchen wir entdeckung am besten einfach nicht in die aber nicht in die LOS gehen von Achtung Mine ja hier hat auch drauf gewartet ich habe mich auch schon umgedreht also noch ein knall ok jungs wartet passt auf wie der könig das macht so boom boom bam pow oh ja ich fahrgatt noch gleich wieder nein Anlauf machen Anlauf ja ja einfach schritten perfekt etwas früher springen ich hab nicht mal sprinten gedrückt what boah was fiel denn jetzt oh ja ach so das das ist top irgendwo mel mel hey soll ich das Licht hier mitnehmen du kannst ja nicht erschrecken ja nicht da steht da immer aber ich brauche ein Licht irgendjemand muss Licht machen ich sehe nichts radiation warte ich kann eben meine Lampe geben oh ja 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 du meine Taschenbe ach der scheint mit sich was oh mein gott also radiation bedeutet quasi nichts oder wie ne ne glaub nicht ich glaube nicht ich glaube nicht weiß ich nicht ja so so das fette Türen diese fette Türen oh ja ja Ambience glaube ich einfach nur hier ist nichts wir umdrehen ja 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 ich habe schon dich tot gesehen ah voll gut da ist man kann sich die Body blocken oder man läuft ja was durch ne ja gute Fall so richtig bei so 100 Prozent weiß ich nicht ich weiß nicht ob wir uns einfach runterschubsen könnten wie Minecraft wo laufen wir eigentlich gerade wo laufen wir eigentlich gerade das fang ich mir auch auf die Tür ja ja Minen 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 oh oh mein Taschenab ist leer ja ich habe noch ich habe noch aber ich gebe mal vor bitte ähm ja ich habe nichts ich habe etwas gehört ich habe Angst dass hier eine Mine auf dem Boden liegt hier ist auch eine Tür entlocken scheiße scheiße oh warte ich habe einen Schlüssel warte 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 äh was bam mach die Lampe auch zwischen mir mal aus weg ja ja fuck die Sekunden leer scheiße warte was pfeift ihr warte nicht wow 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 ist es kennt kennt mit mit dem scannt kann man die umrisse sehen von der umgebung okay alles gut okay ich dachte ich habe krabbeln gehört das sind ihr das ist die maus scheiße ist das geil ich bin der glücklichste mensch der welt echt alter ich würde es gibt leichten fall damage glaube ich glaube ich ich bin 42 und einer bring auf den ritten ich bewegt euch trotzdem schnell gefühlt gerne gerne ich werde nicht so schütt gehen du geh du mal wieder zum haupteingang hol den loot abgelegt haben und wenn du jetzt kannst du den main entrance aussehen luka wir gehen einfach luka wir gehen einfach scheiße ich werde ich war auch ich komme mit ich habe mit ich zuerst ja egal du nicht jetzt bei mitternacht wieder da sein sonst automatisch los ja ja die kombi schnell die zeit umgeht aber die tür ist ja hier ja ich springe darum passt gar nicht okay hier irgendwo sind schrauben hast und das ist okay ja ich weiß du bist du ja ja mach mal ab ich habe zu 132 auf dem rippen das schwer 132 ich hab was ich hab was ich hab was zu 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 kling habe ich schon habe ich schon ach so ok oh mein gott alter alter meine vision wurde ganz komisch wo war es knapp janik bitte kein ding ja ich war auch überfordert keine sorge ja ich bin direkt zur türient w keine no wo er ist also ich habe hier 80 experience ich habe gerade 70 xp geführt bekommen so jetzt gehen wir verkaufen gibt es wieder jetzt wurde job mit dem mann und stück lockt stück zu werden und jetzt sammeln sie einfach so viel ein wie es geht ne 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 wir brauchen 130 ja nur 130 stimmt ja warte ich bin lästig 71 nicht so fettes ding ja ja doch ich habe ein fängeln die beiden fähigkeiten ab mach du die bürger da wo luke ist da luke ist also ich hab 68 dann brauchen wir noch 32 62 62 immer irgendwas mit wenn du was ist mir irgend so ein big oschi ne war irgendein big oschi mit egal egal mach ich nicht nicht so viel drüber naja was ist ja auch will ich dass ihr soll das go und dann hier vorne abgeben genau aber hierhin ja und dann einmal klingeln nur einmal klingeln hier rechts hier rechts hier nur einmal und jetzt warten wir jetzt hat es eingezogen naja da gehen wir zurück jetzt kriegen wir paymates wird uns gesagt okay wir haben genug jetzt gehen wir los so haben wir jetzt genug und jetzt kriegen wir nullcoder darum behalten wir auch loot weil wenn wir zu viel drüber gehen dann geht die nächste schon viel höher ja aber auch viel viel höher der übertreibt das spiel ja nun so als wenn wir master oder so ich fuß die ganze zeit gut dass wir uns angucken 238 haben wir jetzt haben wir schon ja so luca freudig jetzt 144 weiß das heißt ja und profi taschenlampen etwas heller und der aktuellt länger ich lande schon mal ne ach service manual ne will jetzt nicht nö leider musst du nicht ich weiß ja ja darum ja ich sag dir darum freudig ach so ich dachte wegen der bestellung die gleich kommt ne ne vielleicht landen ja landen du 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 Vielen Dank.